Hallo liebe Sportsfreunde, mein Name ist Christian Prochnow und ich stehe heute hier vor dem Potsdamer Filmmuseum. Das hat eine gewisse Wandnis. Ich möchte euch nämlich einladen zu einem filmreifen Erlebnis der besonderen Art. Das findet nämlich dieses Jahr in London statt und zwar im September. Da gibt es die A-Trube Weltmeisterschaften über die Sprint und Olympische Distanz. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Die Qualifikationskriterien, die gibt es auf der DTU Homepage einzusehen. Ich denke, wenn es einer schafft, dann seid ihr es. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Mach's gut, sportfrei.